Hallo und zwar bin ich Elisabeth und ich möchte ja euch auf eine Blumenblumen nehmen und zwar hier im Hintergrund seht ihr ganz schöne Platschmohn und schöne Kornblumen und auch noch andere und das ist ja praktisch so ein Biotop für ein paar Jahre oder ein Jahr und dort wurden so praktisch alle möglichen Blumen angepflanzt und ich denke auch das ist so eine Art Schmetterlingsrisis und was mir auch aufgefallen ist dass da viele Gemüsepflanzen sind besonders cool weil letztes Jahr war das so ein Kleingärtendings also man könnte das praktisch ein kleines Stück Land mieten um dort Gemüse anzubauen ich finde es auch recht schön und ja genau und ich nehme euch einfach mit das wird einfach ein so 8-9 minütiges Video sein und dann seht ihr die Schönheit der Blumen und ja genau und ich hoffe euch macht es auch viel Spaß und ihr genießt es auch oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Und... Vielen Dank. 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 Vielen Dank.